Hi Leute, von heute und ja, ich der JLTV. Heute mit dem Bro Floor und mit dem Paar Nienikin. Hi, von Nienikin kommen wir einfach mal hier zur Kamera. Danke. Also mein Bruder halt. Wir machen heute die Oreo Challenge. Wer am langsamsten isst und der Verlierer, da machen wir morgen ein Video, kriegt Arschießen. Also der am schnellsten halt ist. Und es geht los in 3, 2, 1 Fuß. Man darf mal lutschen, oder? Okay. Oh, ganz langsam. Ganz langsam. Ah, ganz. Komm her. Komm her. Komm her mit dem Kamerad. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Er du aus? Ja. Ey, Milum! Milum ist ja erst mal verloren. Komm mal, ey, Milum! Ich habe verloren. Nochmal. Nein, okay, nochmal. Jetzt soll ich mir ganz entschuldig essen. Jetzt essen wir auf. Ich geh mal mal Wasser drin. Ja, du hast schon mal morgens zwei Mal abschließen, was? Moment, nochmal. Vier Mal abschließen oder fünf Mal? Fünf Mal abschließen. Fünf Mal abschließen muss man haben. Und die Letzten? Ja, ja. Und das muss so wie ich und Ronor machen. Aber ich kann nicht alles rein tun. Äh, von klein. Ey, sorry, ähm, Paninikin. Du musst so wie ich, so wie wir. Kann das nicht, aber guck mal, wie ein kleiner Mund ist. Nein, so, guck mal, so wie wir so hinlegen. Ah! Oh, ich hab Dreck. Er heißt nicht, ich hab ihn los. Ähm, ich hab ihn, ich hab ihn mit seinem Freund verwechselt, weil, seinem Freund. Ey, und dann noch ein bisschen Rücken. Ronor, komm. Paninikin. Ja. Zweite. Warte, Digga, hier ist alles voll. Wegen Paninikin, oder? Nein, egal. Machen wir gleich so. Drei, zwei, komm Paninikin, renn. Los. Oh. Äh, Ransch. Pussi, Pussi. Äh, okay, er darf nur das einmal abbeißen, dann wieder rausnehmen. Und den Rest aber jetzt direkt rein damit. Äh. Äh. Äh, kauen. Kau doch. Äh, Jami, zogen. Äh, ich kaue. Äh, ich kaue. Äh, ich kaue. Ich war's. Ronor hat fünf von mir. Das war's. Ronor? Ronor. Ja. Er ist verloren. Ich mach erst mal schön Eis, aber... Ja, Leute. Der Paninikin ist der Schnell... Fünf, sechs, sieben. Eigentlich wollten wir beim Paninikin Tantrasse auf den Oreo machen als Prank, aber... Ja, aber... Wieso hast du so schnell gegessen, Paninikin? Ehrlich? Ich bin der Schnellste, der ist der Oreo... Nein, du darfst aber nicht essen. Es geht darum, Langlam zu essen. Habt ihr noch Urheu? Ich hab keine mehr. Wir haben keine mehr. Lammers, Klammer, Wasser. Ey, wir dürfen keine... Nein, ich... Nein. Er tut das auch noch da... Jetzt lacht er. Er tut das auch noch da... Er hat gesagt, soll mich hinlösen. Das hat mir... Ey, sorry, Leute. Sorry. Ja, und ich... Muss aber machen. Und das... Ey, immer oft so lachen. Das Video nennen wir das... Also, das Wochenende, sorry. Das ist der Startschuss, der EM. Der EM! Und das wird das ultimative Wochenende. Das sind die... Das ist mein Abo-Special. Also, das Wochenende ist mein Abo-Special für euch. Sieben Abonnenten. Jetzt würde Dina sagen, Köff... Aber wir werden... Heute Abend noch ein Video machen. Voller Karrieren-Modus. Ja, stimmt. Ähm, B3, komm. Nee, wir sagen jetzt, was wir machen. Komm. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.